Ich stehe hier unten, damit ich genauso in den Regen stehe wie hier. Und ihr nicht seht, aha, er steht da oben auf der Bühne, schön in Ordnung, nee, so ist das nicht. Wir arbeiten im Moment ziemlich daran, dass alle gut auf das Festival-Gerände kommen. Ich hoffe, das gelingt uns auch, sodass bis heute Abend dann alle da sind. Und dann hoffe ich, dass das Wetter auch besser wird. Wir hatten eigentlich vor, so eine schöne Öffnungs-Serum und Herzen machen. Und haben eine große Hoffnungsmaschine gebaut. Die haben wir so, ein Künstler von uns hat die gebaut, aber die verträgt sich nicht mit Regen. Wir werden die Eröffnungs-Zeremonie dann nachholen. Aber wenn ihr Bock habt, einen Kreis zu machen, einfach mal so, das haben wir die letzten Jahre immer gemacht, fände ich das super. Und dann könnte ich euch auch einen Funken Hoffnung verteilen, einen kleinen zumindest, bis dann die Hoffnungsmaschine kommt. Da bildet einen schönen Kreis, super. Super, super. Super, super. Das ist ganz schön, ich bin auch wirklich voll überrascht, wie viele Leute jetzt bei dem Regen von euch da sind. Das finde ich, ist für uns ein total schönes Gefühl. Und wir haben ja dieses Jahr das Motto rausgegeben, we love Herzberg. Und wir lieben Herzberg nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern wir lieben Herzberg auch, wenn es regnet. Vielleicht könnt ihr einfach mal alle laut rufen, we love Herzberg. Ja super, nochmal, come on. We love Herzberg. Und jetzt ruft ihr alle laut, we love Cynthia Nikschas. We love Cynthia Nikschas. Cynthia, bist du da? Ja, dann komm. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.